Ich brauche erstmal einen, der nicht hier vorne, also nicht mehr ganz, zu den ganzen, ja komm mal zu mir, komm mal hier, hallo, wie ist dein Vornamen? Bernhard, das ist Bernhard der Mutige, ja, aus Hüttenberg, aha. So, den Kopf hier so ein Stück vor und schützt, geht's gut? Ja, doch, sieht schick aus, ja, hat einen dicken Kopf jetzt, den rechten Arm hier rein, den linken Arm hier rein, ja, so und jetzt hochstehen, ja, ist klasse, ein bisschen Zwischenabhaus, ja, ha, pass auf, Kopf einziehen und hüpft, zack, und rein mit dir. Ja, ein Stück vor, du schließt noch meine Hand, noch ein Stück vor, noch ein Stück vor, so stehen bleiben, es ist ein Applaus, ja. Bernhard, du bekommst jetzt noch jemanden hinter dir. Wolltest du einen Jungen oder ein Mädchen? Mädchen, ein Mädchen, da hinten, komm zu mir, wackel nicht so rum, komm zu mir. Noch ein schnelles Stoßgebiet, noch mal winken, ja, geht los, Kopf ein bisschen runter, ein bisschen runter, den Kopf, zack, geht's gut? Den rechten Arm rein, fasst den Bernhard an die Hand, linken Arm rein, auch gerade fassen. Rechtes Bein reinziehen und drinnen aufstellen, linkes hinterher, eng ran kuscheln und euer Applaus, ganz eng die Füße. Wie heißt du? Vincent, ist das dein erster oder dein letzter Name? Deine erster, okay. Wie alt bist du? Was willst du denn hier? Wir sollen sich immer gleich hinzufassen. Knie nieder, so ist es. So, jetzt passt du bitte mit einer Hand hier mal zu, deine stärkste Hand. Wie heißt du? Wolf, das ist Wolf, ja, kennt ihr Wolf schon? Wolf ist aber, sage ich euch, ein gefährlicher, nein, der ist nicht so gefährlich. Ich komme mal hier, wir wollten die Himmel so rum. So, Wolf, wir werden da jetzt gleich die beiden befreien. Es geht los, ganz laut. Und? Halt, 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 Halt. Und das ist der Ende des Abends. Toll gemacht. So, wir sind in der Lutherstadt Rittenberg. Liebe Gäste, darf ich euch vorstellen, Martin Luther persönlich. Vielen, vielen Dank, dass wir schaffen, dein Handeln und deinen Applaus. Dankeschön. Kurz zum Gruße. Gute Konfermanden aus, ja, ich hoffe doch, aus ganz Deutschland. Sind denn, sind denn, sind denn Leute aus dem Bundesland Bad Württemberg da? Wo, Zeit, 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 Ja, sind denn Leute aus Berlin da? Ja, ich hoffe doch, aus.